Heute zeige ich euch, wie man feste Maschen hickelt. Steche die Nadel in die nächste Luftmasche hinein und hole den Faden hindurch. Nun befinden sich zwei Schlaufen auf der Nadel. Hole den Faden erneut mit der Nadel und zieh ihn durch beide Schlaufen auf der Nadel. Dies ist deine erste feste Masche. Und noch einmal. Steche in die nächste Luftmasche ein und hole den Faden. Nun hast du wieder zwei Schlaufen auf der Nadel. Hole den Faden erneut und zieh ihn durch alle beiden Schlaufen. Sehr gut! Die feste Masche ist eine der am häufigsten verwendeten Maschenarten, vor allem beim Häkeln von Amigurumis. Lass gerne einen Daumen hoch da, wenn dir das Video gefallen hat, abonniere den Kanal und verpasse keine Videos mehr von uns. Viel Spaß beim Nachhäkeln und bis zum nächsten Mal! Amigurumis 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 Amigurumis